Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Stuttgart ist zu Gast. Wir wollen die drei Punkte heute haben. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, Stuttgart hat unter der Woche noch ein Pokalspiel gehabt gegen Nürnberg. Das war auf jeden Fall ein guter nächster Schritt für die im Pokal. Aber heute wollen wir unseren nächsten Schritt machen, und zwar die drei Punkte holen. Das wäre enorm wichtig. Es sollte jeden Moment losgehen, dann sieht auch schon alles leer. Ja, in zehn Minuten geht das Spiel los. Die Muko läuft schon. Let's go. Boah, heute mal relativ spät reingegangen, muss ich sagen. Aber es sieht gut aus. Super voll. Digga, Stuttgart macht gut Stimmung da hinten. Sieht auf jeden Fall danach aus, als wäre es ausverkocht. WFL! 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 Boah, geil. Die Stimmung ist super. Was wir jetzt hören, kein gelieb ist. Machen wir uns auf den Pass. Jede Stehen am Mars. Jungen Open! Sehr geil! Das Film sieht doch super aus. Jetzt go Jungs, freu' ich das! Ja geil, ich freu mich so auf das Spiel. Auf die 3 Minuten bitte! Geil, Schuttgart macht einfach mit. Sehr geil. Schöner Ball, komm! Das war eine gute Möglichkeit, Minute 12. Let's go, weiter! Weg! Oh Gott! Ich kann nicht sein, ey. Ich kann nicht wahr sein. Oh, den hat der gut getroffen, Leute. 4.14, 1.0, Schuttgart. Oh, den hat der Satte getroffen vom 16er unter die Latte. Er kann auch immer nix machen. Alle, 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 alle! Alle, 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 alle! Wir sind immer für ein Blatt! Oh, sochtest uns, oder uns, denn unser Leben, denn unser Wires! Wir sind hier! Hau an Fälle! Wir sind hier! Hau an Fälle! Wir sind hier! Hau an Fälle! Wir sind hier! Heute komische Stimmen hier im Stadion. Stimmungsdienst ist gut, aber uns wird uns laufen irgendwie nicht so viel. Sehr viel Standfußball heute. Ich weiß nicht, ob es das Wetter ist oder was auch immer. Ja, keine Ahnung. Come on! Boah! Boah! Ich muss sagen, wir spielen echt schlecht heute. Wir sind echt schlecht heute. Echt schlecht heute. Das Ding ist, jedes Mal, wenn wir eins zu hinten lagen, haben wir nie das Spiel gewonnen. Halbzeit zum Glück. Es war echt schwach heute. Die erste Halbzeit war wirklich schwach. Bei der zweiten Halbzeit muss definitiv ein anderer Vfälle auf dem Platz stehen. Das ist ja... Können wir direkt einpacken. Wenn es so weiter geht. Ja... Was ist das? Schöner! Abschluss! Ja! Let's go! Ja! Was machen die? Die gucken alle zu, ey! Alle gucken zu! Meine Fresse, ey! Die Hereingabe kommt so himmelhaft, ne? Ohne Scheiß! Die Sonne nervt jetzt auch, ne? Der Ballkulab da im Fünfer durch, alle gucken zu ihm! Der kann ihn auch noch ganz easy reinschieben, ey! Wahnsinn! Der Bullshit geht weiter! Ja, wie geht das, Alter? Wir machen das 3-1! So ne Flanke, jemand greift schon wieder daneben und dann... Crazy! Also wir geben das Spiel komplett aus der Hand! Scheiße, ey! Schade, Geri! Ja! Let's go! Weiter! Ja! Punkt! Oh, mit der Flugzeit ist genug Zeit! 4.85 und da kommen bestimmt noch 5 Minuten dazu! Oh, stark! Das wird seit 4 Minuten! Ordnung! Nur 4? Digga, das kann niemals 4 Minuten sein! Ja! Ja! Weiter, weiter, weiter! Let's go! Weiter! Steh auf, Mann! Was ist mit dem? Steh auf! Jetzt mach das Ding und dann ist gut, ey! Dann können die von mir aus noch liegen bleiben! Mannu?! Schlar! Alter! riminer, was ist mit denen, Alter... Auf die Feste! Auf die Feste! Auf die Feste! Wir haben keine Nachspielzeit gespielt. Ohne Scheiß. Feierabend. Es ist Feierabend. Ein, zwei verloren. Bitter. Manu ist wieder am Schellen verteilen. Es ist Feierabend an der Castropper Straße. Zum Spiel brauche ich glaube ich nicht viel erzählen. Ich bin abgefuckt. Bitte auf wie wir dann am Ende verloren haben. Verlass trotzdem einen Daumen hoch, ein Abo. Dann sehen wir uns nächste Woche nicht. Da bin ich nicht am Start. Also in Berlin bin ich auf jeden Fall nicht am Start. Ansonsten sehen wir uns danach wieder. Passt gut auf euch auf. Haut rein. Ciao.